Wenn du wieder zur Schule musst! Guten Morgen, klasse! Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien! So, jetzt erst mal das Buch 44 aufschlagen! Wissen Sie was, Franco? Ich hab keinen Bock auf die Scheiße! Aber Daniel, so redet man doch nicht mit seiner Lehrerin! Für mich sind sie keine Lehrerin, für mich sind sie einfach eine blöde Kuh! Blöde Kuh! Daniel, dafür brauchst du nachsitzen! Immer nur! Wenn du beim Bewerbungsgespräch dein wahres Talent zeigst! Sie wollen also die neue Fachangestellte für Marketing werden? Ja, natürlich! Dann zeig mir, was hier in dir steckt, Baby! Wenn der Mülleimer gar nicht so voll ist! Wenn der Mülleimer gar nicht so voll ist! Denkt dran, Kinder! Trennt immer euren Müll! Haha! Wenn du den ganzen Tag am PC warst und danach rausgehst! Wurde Kuh! Was? Stell dich hier auf! Ich wurde auch gesehen! Haha! Vier Stunden später! Welches Jahr haben wir? Wir haben das Jahr 3000 Zum Glück Wenn die Bleistiftbiene abbricht Knick-Krack Untertitelung des ZDF für funk, 2017